Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Schauplatz diesmal Meine Schwester ist soeben von ihrer Amerika-Reise zurückgekehrt. Fräulein Haruka Yamano, wie fühlen Sie sich denn so mit zwei gebrochenen Beinen? Richtig scheiße. Gib her. Ist sie an? Läuft sie? Ja, klar. Ich hab die Nase voll von deinen blöden Ausreden. Mach was du willst. Ist mir egal. Dann geh ich eben ins Kast... Haruka. Langsam wird's echt zu heftig. Hör auf, das Dauern zu sagen. Du stellst ne Kamera auf? Hier in meinem Zimmer? Ja. Also irgendwas ist in deinem Zimmer. Wir müssen rausfinden, was das sein kann. Wer ist da? Hey! Paranormal Activity. Tokyo Night. Die Furcht hat einen Namen. Denn am Ende siegt das Grauen. Dallhoof. Die Furcht hat einen Namen. Dall ist ja so, für dich kraft und zu sein. Die Furcht hat einen Namen. Untertitelung des ZDF, 2020